ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser meditation in dieser meditation begegnest du erzengel satt gehe er hilft dir gedanken und gefühle zu heilen die nicht harmonisch in dir sind vielleicht gibt es situationen in deinem leben die dich aus deiner inneren mitte herausbringen oder es gibt beziehungen zu anderen menschen die gerade unangenehm verlaufen erzengel satt kiel hilft dir wieder zurück in deinen inneren frieden zu finden indem er dich in sein strahlendes heilendes licht ein dieses licht ist eine heilsame und angenehme energie für dich durch das liebevolle wirken von erzengel satt gehe können sich frieden und harmonie wieder ganz in dir ausbreiten wenn unsere gedanken und gefühle aufgewühlt sind oder wenn wir ständig gedanklich auf ein problem fokussiert sind aber auch wenn wir innerlich angespannt sind dann haben wir keinen zugang zu unserer intuition und zu unserer herzens stimme diese leisen inneren stimmen sind zu sanft um durch den dicken schleier unserer negativen gefühle hindurch zu kommen wir können sie dann nicht mehr wahrnehmen und finden somit auch nicht die wirklich richtigen lösungen für unseren weg oder für unsere probleme weil die lösungen die wir in solchen situationen finden dann einfach unserem verstand entspringen sie entspringen dann jedoch nicht unserer seele die uns immer auf den richtigen weg führt auch wertvolle erkenntnisse können uns kaum erreichen wenn wir nicht ruhig in uns erzengel satt gehe hilft dir wieder ruhig in dir zu werden und friedvolle gedanken zu haben so dass du deine herzen stimme wieder wahrnehmen kann du erhältst dann wieder mehr klarheit in dir und auch wertvolle erkenntnisse können dann wieder ganz leicht in dein bewusstsein fließen erzengel satt gehe begleitet dich so zurück auf deinen seelen wie nimm für diese meditation zunächst einmal eine angenehme position ein es ist gut wenn du aufrecht sitzt und deine füße kontakt zum boden haben und dann erde dich einmal stell dir dafür vor dass aus deinem steißbein und aus deinen füßen helle lichtbahnen in die erde hinein wachsen du kannst dir vorstellen wie du deinen lichtbahnen beim wachsen in die erde hinein zu sehen kann sie wachsen immer tiefer noch ein stück tiefer bis in den mittelpunkt der erde hinein lass deine lichtbahnen eintauchen in den wunderschönen leuchtenden mittelpunkt der erde sie werden gut von ihr gehalten nimm einmal einen tiefen atemzug und atme die wundervolle heilsame energie der erde hoch hinauf über deine lichtbahnen in deinen ganzen körper hinein fühle einmal wie es sich anfühlt wenn die energie der erde in deinen körper strömt so bist du gut geerdet wenn es angenehm für dich ist dann lege eine deiner hände auf deinen bauch und fühle die angenehme wärme deiner hand nimm einen tiefen atemzug und lass deinen atem ganz tief in deinen bauch hineinfließen fühle wie deine hand sich beim einatmen heben und wie sie sich beim ausatmen wieder senkt nimm noch ein paar tiefe atemzüge auf deinen sanften atemzügen fließt ruhe ganz von allein in dich hinein diese angenehme ruhe breitet sich ganz wohlig in dir aus und mit den nächsten atemzügen sinkst du tiefer und tiefer in deine wunderschöne innere welt lass vor deinen inneren augen jetzt eine schöne landschaft entstehen lass vor deinen inneren augen jetzt eine schöne landschaft entstehen wenn kein bild einer landschaft erscheint dann kannst du dir auch einfach deine lieblingslandschaft vorstellen hier ist es wunderschön friedlich angenehmen farben und ganz ruhig nimm fahr wo du bist sieh dir die blumen und pflanzen an die sonne den himmel vielleicht gibt es hier etwas besonderes wie einen berg einen see oder einen wald suche dir jetzt einen schönen platz hier in deiner inneren landschaft einen platz an dem du dich bequem setzen kannst mach es dir hier ganz gemütlich mach es dir hier ganz gemütlich und atme einmal den wohltuenden duft deiner landschaft ein dieser duft wirkt beruhigend und heilsam auf dich und wenn du ihn ganz tief in deinen körper hinein atmest dann breitet er sich ganz in dir aus und so schwingt seine heilkraft in jeder zelle deines körpers und wenn du jetzt einmal vor dich schaust dann kannst du schon den engel sehen der ganz langsam auf dich zukommt es ist erzengel satt kiel vielleicht siehst du ihn ganz deutlich oder du erkennst ihn schemenhaft vielleicht siehst du seine umrisse oder du hast einfach eine leise ahnung dass ein engel vor dir erscheint jede wahrnehmung ist gut und richtig er steht jetzt ganz nah vor dir erzengel satt kiel nimm ihn wahr fühle seine präsenz und seine ausstrahlung du kannst ihn jetzt um seine hilfe bitten du kannst ihn bitten deine gefühle deine gedanken oder auch beziehungen und situationen in deinem leben zu heilen die nicht in harmonie sind er hilft dir alles zurück in harmonie und in frieden zu bringen du hast jetzt einen moment zeit erzengel satt kiel mit zu teilen wofür du dir seine hilfe wünscht es genügt wenn du ihm deine wünsche in gedanken zu fließen lässt und so hält erzengel satt kiel seine hände über dich und aus seinen händen fließt heilsames göttliches licht in dein energiefeld es fließt durch dein kronen chakra in deinen körper hinein das licht fließt genau dorthin wo du es brauchst es leuchtet in zartem lila in hellblau und es ist mit feinstem goldenen schimmer durchzogen vielleicht nimmst du auch eine andere farbe wahr auch das ist gut fühle und nimm wahr wie erzengel satt kiel dich einhüllt in dieses wundervolle heilsame licht mehr und mehr innerer frieden breitet sich in dir aus mehr und mehr innerer frieden breitet sich in dir aus das wundervolle licht und das heilsame wirken des engels für dich das wundervolle heilsame licht in dir aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz langsam beendet Erzengel Zadkiel sein Wirken und auch den Lichtfluss. Bedanke dich bei ihm. Und wenn du möchtest, dann bitte ihn, dich auch nach der Meditation noch so lange zu begleiten, wie es gut und richtig für dich ist. So lange, wie du ihn brauchst. Fühle einmal ganz bewusst den tiefen Frieden in dir. Alles in dir ist ruhig und harmonisch geworden. Diese angenehmen Gefühle bleiben bei dir, auch wenn du gleich zurück in dein Tagesbewusstsein kehrst. Immer wenn du in angenehmen Gefühlen bist, öffnet sich dir dein Zugang zu deiner sanften inneren Stimme, zu deiner Herzensstimme. So können Inspirationen, Lösungen und Erkenntnisse, die im Einklang mit deiner Seele sind und dir den richtigen Weg öffnen, ganz leicht in deine Gedanken fließen. Fühle noch einmal alle angenehmen Gefühle. Nimm deine innere Ruhe noch einmal wahr. Und dann komm langsam in deinem Tempo mit deinem Bewusstsein wieder ganz in deinen Körper zurück. Fühle in deine Füße, nimm sie wahr, bewege sie ein bisschen. Fühle in deine Hände und bewege auch sie ein bisschen. Nimm einmal deinen ganzen Körper wahr. Fühle ihn. Vielleicht mag er sich etwas recken und strecken. Und so bist du mit deinem Bewusstsein wieder ganz bei dir angekommen. Ich danke dir für dein Vertrauen und für dein Zuhören. Wenn dir die Meditation gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch von dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank.